Hallo, ich bin der PitPirat und ich habe ein neues Abenteuer. Ich bin auf der Suche nach einem Raumschiff. Hallo alle Leute, ich bin der PitPirat. Und dann gehen wir mal rüber, was ich erlebt habe heute. Ich war am Wandeln durch den Wald. Was ist denn das? Das sieht ja aus wie eine fliegende Untertasche. Das glaube ich ja gar nicht. Und guck mal, da ist eine fliegende Untertasche abgestürzt. Guck mal, da liegt ein Alien, ein Besucher aus dem Weltall. Na, ist das noch schön. Guck mal, und seine fliegende Untertasche. Oh, das ist mal schön. Was habe ich hier entdeckt? Oh, guck mal, es leuchtet noch. Sollte da noch Leben drin sein. Guck mal, hier ist ein Alien abgestürzt. Das liegt so. Sein Kopf ist da noch. Oh, weia. Das sieht nicht gut aus. Er ist ja vom Kopf abgebrochen, ne? Und was ist hier die fliegende Untertasche? Das ist mal schön. Sind da noch welche drin? Hallo? Ist da noch jemand? Ist da noch jemand in die fliegende Untertasche? Hallo, Menschen von der Erde. Oh, was ist denn das? Ich werde mal rufen. Hallo, Menschen von der Erde. Ich bin hier abgestürzt mit meinem UFO. Und ich brauche dringend Hilfe. Ich habe keinen Brennstoff mehr dabei. Und ich kann nicht mehr zurück zu meinen Welt. Oh mein Gott, was ist das? Was sollte ich denn machen? Haben Sie eine Ahnung, was ich machen soll? Na ja. Dann gehe ich mal weiter rüber. Und vielleicht kann ich mal mitfahren. hui, was oder Cuandocera? Ja. Entfernen kann es über하신 was zu sagen. Ich gehe mal schnell wieder raus aus dem Grauschiff. Und dann gehe ich mal raus zum Hause zu meinen Freunden. Tschüss.